Wir kommen zu Tag 12. Ich zitiere aus. Diese Schuhe, die zwei, nicht Gardinen, sondern Tischdecken. Da habe ich mich immer drüber geärgert. Und ich will mich ja nur noch mit Dingen umgeben, die mich glücklich machen. Also kommt der Mist weg. Dann so kleine Tischdecken, die habe ich nie benutzt. Dann noch so ein Mini-Tischdeckchen, kommt auch weg. Dann ein BH, der unbequem ist, der kommt auch weg. Ein Badehandtuch, was sich schon auflöst. Zwei kleine Decken für Tische, haben wir nie benutzt. Und dann hier dieser Topflappen, da nicht das zweite Licht. Hier, den sortiere ich auch noch aus. Ja, und wie gesagt, hier die Tischdecke noch. Dieses Plastikteil gehört nicht dazu. Ja, das ist so die Übersicht von Tag 12. Dann bis zum nächsten Tag.